Willkommen Freunde zurück bei Assassin's Creed und wir springen runter. Ich glaube das haben wir den letzten mal warte mal. Da ist der. Okay der ist das also. Oha. Ah nehmt euch. Oha. Oha. Ah, es kommt. Oha. Oha. So Das war aber sehr knapp Okay, das wird also eine Verfolgungsjagd hier So So Das könnte interessant werden Mal gucken, wie das hier ausgeht Oh, oh Da sieht gleich die Zeit aus Komm, steh nach unten Faster, Abaz, faster Ich will nicht deine Entschuldigung hören, Sergeant Ich will, dass du das Drei Das wird nichts Oh Alter, das war Uiuiui Das war aber knapp Hopp Okay, wir sind hier Zack Zack Hopp Hopp Ups Das war zu schnell Haha Ich muss weiter gehen Ich will nicht deine Entschuldigung hören, Sergeant Ich will, dass du da bist Komm, 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 komm Alter, das ist knapp Und das obwohl wir einmal abgestürzt sind Und jetzt sehe ich nichts mehr Und jetzt sehe ich nichts mehr Alter Alter Und tschüss Ist das Und jetzt Das muss sein die Entschuldigung sein Das muss sein die Entschuldigung nach der Entschuldigung Ups Das war aber nicht. Okay, ich will einmal loslassen. Ja, ich glaube nicht. Okay, hier müssen wir also vorsichtiger sein. Helix ist voll, okay. Aber ich sehe gerade, hier müssen wir erst später hin. Jetzt sind wir hier unten bei der Tür. Dann gehen wir jetzt einfach hier hoch. So. Wir finden schon einen Weg. Wie lange hast du, Herr? Ein paar Jahre. Ich hoffe, dass ich noch ein paar mehr in der Tür habe. Hast du noch ein Plans? Nein, nichts Fancy. Ich habe nicht genug Erinnerung von dann. Ich glaube, das kann ich nicht mehr leben. Auf was? Unser Geld ist nichts zu schreiben. Nichts zu sparen. Nichts zu sparen. Das ist das, was ich sagen. Das Problem mit diesen zwei ist, dass es... Einmal das letzte Mal ist, dass es... Interessant. Das könnte interessant werden. Los! Okay. Ähm. Das hat besser funktioniert, als ich dachte. Einer weg. Zweiter weg. Okay. Uns fehlt... Uns fehlt noch die Kurbel. Ähm. Aber die beiden Wachen, die sind einfach schon mal gut losgeworden. Hoppala. Hi. Motion voll. Okay. Sind wir wieder hier. Ja. Wir haben jetzt genug Erinnerung. Hier. Hier. hier hat er uns doch noch gesehen schade ich dachte wir schaffen es naja dann eben nicht okay gut gehe ich dann gehe ich jetzt andersrum zuerst hier oben rein na gut dann legen wir die wache darum halt um wenn es nicht anders geht legen wir den da oben halt so was hast du nichts okay das waren die was ganz jetzt so rum an you stop where did they go how long have you served a few years hoping to stay out of trouble so i can get a few more in before who's there who's there assassin war da noch einer meine güte schade den habe ich nicht mehr gerechnet dem letzten habe ich nicht mehr gerechnet dass da noch einer auftaucht du machst uns keine schwierigkeiten hoppa wir brauchen irgendwie diese blöde winde damit wir hier weiterkommen aber was 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 war 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 Perfekt. Ja, gut. Vielleicht höre ich Dinge. Den schubsen wir gleich da runter. Funktion mal wieder voll. Hopp. 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 Over here. Hoi-hoi-hoi-hoi. You better run. Help! Over here! Der da oben hat sie also. We're watching for you! We're watching for you! Next time we kill you! Wow! Er hat einfach Luft aufgelöst! We're watching for you! I have the halted. Now to open that entrance. We're watching for you! We're watching for you! We're watching for you! We're watching for you! So, einmal anbauen, bitte! We're watching for you! It must be the assassin! Fire! We're watching for you! 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 Ah, was wird stärker und kann mehr Schaden einstecken bevor er stirbt! Oha! Oha! Uh ha! Gut, Freunde, aber! Ich würde sagen hier machen wir dem nächsten Part weiter und tschau!